Willkommen bei Urknall Weltall leben. Mein Name ist Christian Köberl, ich bin Professor an der Universität Wien. Ich möchte eine kurze Einführung geben zu einer neuen Vorlesungsserie zum Thema Impact. Das ist etwas Spezielleres als meine frühere Vorlesung Planetare Geologie. Hier geht es um den Einschlag von großen Meteoriten, Asteriden, hauptsächlich auf der Erde, was diese Einschlagkrater ausmacht, wie man sie erkennt. Ein paar Geschichten zu bestimmten Einschlagkratern kommen da vor. Aber zuerst einmal gibt es eine Einführung zu dem Thema, was ist Impact, wie sehen Impactkrater aus, wie erkenne ich sie, welche Gefahr geht von ihnen aus und ähnliche spezielle Themen. Das Thema Impactkrater, hauptsächlich auf der Erde, ist etwas, was sehr viel Interesse auch hervorruft. Und deswegen machen wir jetzt eine neue Serie und diese Vorlesung heute ist der erste Teil davon. Ich beschäftige mich wissenschaftlich seit vielen Jahrzehnten mit Impakten, Impactprozessen und dem, was sie verursachen, nämlich Impactkratern und wie man sie erkennt. Diese Einschlagkrater oder Impactkrater auf der Erde, dass es die gibt, das weiß man eigentlich gar noch nicht so lange. Und unsere Geschichte, ein bisschen eine Einführung zum Thema Impact zu geben, beginnt praktischerweise mit dem Mond. Klingt vielleicht etwas seltsam, dass man über Impactkrater auf der Erde mit dem Mond beginnt, aber es gibt einen bestimmten Grund dafür. Und der Grund ist der, dass Krater an sich zum ersten Mal auf dem Mond als solche erkannt wurden durch Galileo Galilei am Beginn des 17. Jahrhunderts. Er hat nämlich mit seinem Teleskop, das er nachgebaut hat, die Baupläne hat er bekommen aus Holland, hat er zum ersten Mal den Schattenwurf von Objekten auf dem Mond verfolgt und hat geschlossen, dass das Krater sind. Aber er wusste nicht, wie diese Krater entstanden sind. Und es gab im Laufe des 17. Jahrhunderts viele Vermutungen, dass es sich hauptsächlich um vulkanische Strukturen handeln muss. Denn Impactkrater waren auf der Erde gar nicht bekannt. Und man nimmt natürlich das, was man kennt. In Italien gibt es viele vulkanische Kaldären und Krater und ähnliche Strukturen. Es gibt auch andere geologische Strukturen, die kraterähnlich sind. Und deswegen hat man halt gedacht, ja, auch diese ganzen Krater auf dem Mond sind vulkanische Strukturen. Jetzt hat es ein Experiment gegeben, das auch veröffentlicht wurde, und zwar im Jahre 1664 von Robert Hooke, der auch als Entdecker der Zelle bekannt wurde, der mit mikroskopischen Untersuchungen gearbeitet hat. Der hat ein Experiment gemacht. Der hat auf eine frische Gipsoberfläche, noch nicht erstarrt, hat er Steine geworfen mit großer Kraft und hat festgestellt, dass dabei Krater gebildet werden und diese Krater sehen so ähnlich aus wie die Mondkrater. Aber seine Schlussfolgerung war sehr interessant. Er hat nämlich gesagt, obwohl sie so ähnlich aussehen, erklärt das vermutlich nicht die Entstehung der Krater auf dem Mond, denn, wie wir wissen, der Raum zwischen den Planeten ist ja leer. Und da muss man sagen, natürlich, das war der Stand des Wissens im 17. Jahrhundert. Da waren keine Objekte zwischen den Planeten bekannt, da gab es die Planeten, aber nichts dazwischen. Und daher hat Robert Hooke zwar eine interessante Beobachtung gemacht, die er dann aufgrund des Standes des Wissens von damals nach unserem heutigen Wissen falsch interpretiert hat. Aber so funktioniert Wissenschaft. Ich kann mich nur am Wissen der Zeit orientieren. Und natürlich war eben 1664 noch nicht bekannt, dass es Objekte zwischen den Planeten gibt. Zum Beispiel 1492 ist in der Gegend von Ensisheim der berühmte Donnerstein gefallen, weil er mit Donnerkrollen vom Himmel gefallen ist. Wir wissen, das ist ein Meteorit, der erste belegte und erhaltene Meteoritenfall in Europa. Aber damals wussten die Menschen nicht, woher diese Steine kommen. Es war die hauptsächliche Vermutung, dass es sich entweder um so etwas Ähnliches wie Hagelkörner handelt, wo in der Atmosphäre Material sich zusammenballt und das fällt dann runter oder von weit entfernten Vulkanausbrüchen dieses Material kommt. Man kennt ja zum Beispiel, man kannte das im Mittelmeer, Bimsstein, den findet man hunderte Kilometer weit weg von irgendeinem Vulkan. Warum denn nicht auch, dass etwas vom Himmel fallen kann? Es war erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Einerseits wurde der erste Kleinplanet damals entdeckt, die Ceres und viele andere danach, das heißt der Raum zwischen den Planeten war nicht mehr leer. Und zweitens haben zwei unterschiedliche Forscher und die an unterschiedlichen Dingen geforscht haben, sind unabhängig voneinander auf den Schluss gekommen, dass Meteorite, wie zum Beispiel der von Ensesheim, nicht aus der Erdatmosphäre oder von Vulkanen stammen, sondern von außerhalb der Erdatmosphäre auf die Erde drauf fallen. Der eine war Jean-Baptiste Biot, der den berühmten Meteoritenfall von L'Egl in Frankreich 1803 untersucht hat. Und der andere war Ernst Kladny, der ein Buch geschrieben hat, also er hat mehrere Dinge untersucht, eines Anfang des 19. Jahrhunderts und eines 1819 dann, mit dem schönen Titel Über Feuermeteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen. Und da untersucht er mehrere solcher Meteoritenfälle und schließt aus den beobachteten Bahnen, so wie auch eben Bio, dass sie von außerhalb der Erdatmosphäre kommen müssen und daher extraterrestrischen Ursprung sind. Und jetzt haben wir zum ersten Mal sozusagen Material, das von außen auf den Mond oder auf die Erde fallen kann. Jetzt wissen wir, dass es Material gibt zwischen den Planeten, das herunterfallen kann. Das heißt, erst im 19. Jahrhundert war sozusagen der wissenschaftliche Hintergrund gelegt, dass es überhaupt die Möglichkeit, die logische Möglichkeit gäbe, dass etwas vom Himmel auf die Erde fällt. Und jetzt kommen wir wieder zum Mond zurück und zu den anderen Planeten, die feste Oberflächen haben. Die Beobachtungen, die zeigen, dass es auf dem Mond eine Vielzahl von Kratern gibt und trotzdem, auch wenn man schon seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts nachgewiesen hat, dass es Material zwischen den Planeten gibt, so war das doch bis ins mittlere 20. Jahrhundert nicht allgemein klar oder allgemeines Verständnis, dass diese Krater durch Impact entstanden sein könnten. Heute wissen wir das. Aber ich versuche hier immer ein bisschen auch die geschichtliche Perspektive hineinzubringen, weil das hilft uns nämlich zu verstehen, warum wir etwas heute wissen und das vielleicht vor 100 oder 200 Jahren anders war. Aber wenn wir uns die Oberflächen von den Planeten heute ansehen, dann sehen wir, da gibt es sehr, sehr viele Einschlagskrater oder Krater. Zum Beispiel auch die Oberfläche des Merkur, links hier zu sehen, schaut fast aus wie der Mond, mit Kratern nur so übersät. Auch sehr viele Krater, vor allem auf der Südhalbkugel des Mars hier zu sehen. Auf der Venus viele Krater, aber man sieht sie von außen nur deswegen nicht so leicht, weil die Venus eine sehr dichte Atmosphäre hat, die das Durchschauen schwierig macht. Deswegen muss man Radaraufnahmen verwenden. Das hier ist eine Radaraufnahme eines Einschlagskraters mit dem Auswurfmaterial sogar rundherum. Auf dem Mars kann man sogar frische Krater beobachten. Dann gibt es zum Beispiel hier ein Bild, das 2011 aufgenommen wurde. Hier haben wir einen Krater, der auf einem Bild der gleichen Gegend von 2009 noch nicht vorhanden war. Dazwischen ist also irgendein Objekt aufgeprallt, das diesen Krater, diesen frischen Krater, also ein kleiner Krater, 30 Meter vielleicht in Durchmesser, gemacht hat. Auf dem Mond hat man so etwas Ähnliches auch schon beobachtet. Die Kleinkörper im Sonnensystem, die zwischen hauptsächlich Mars und Jupiter sich befinden, die Asteroiden, wo der erste Asteroid ja im Jahr 1801, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, entdeckt wurde. Auch diese Objekte zeigen Spuren von Kollisionen untereinander, von Impakten und sind mit Kratern nur so übersät. Das ist ein relativ großer Asteroid, über 100 Kilometer im Durchmesser, Lutetia oder kleinere, 60 Kilometer, Mathilde, also alle haben sie Krater an den Oberflächen. Ja, auch die Monde der äußeren Planeten, die Planeten selber haben ja keine festen Oberflächen, daher nichts, was langzeitstabil sein könnte, aber auf den Monden der äußeren Planeten, hier haben wir zum Beispiel Europa, ein Mond von Jupiter, sehr viel Eis und Eisbrüche, aber hier auch zwei schöne große Einschlagskrater, auf dem großen Mond des Saturn-Titan, Einschlagskrater hier, Mimas, ein kleinerer Mond des Saturn, viele, viele Krater, aber ein großer, der fast wie ein Zyklopenauge hier schaut, oder Phöbe, ein kleinerer Mond des Saturn, auch mit solchen Kratern nur so übersät, und so ähnlich wäre das dann bei den anderen Monden auch, Monden von Uranus und Neptun auch. Also, was passiert denn da eigentlich, oder wo kommen diese Krater her, wenn wir das wieder jetzt auf die Erde zurückkommen, diese kleinen bis größeren Objekte, die in die Erdatmosphäre eintreten, und die Leuchterscheinungen in der Erdatmosphäre verursachen, das sind die Meteore, oder Sternschnuppen sind die kleinen, Feuerbälle dann die großen, das sind Objekte, die in die Erdatmosphäre eintreten, und dort durch die Reibungshitze der Atmosphäre eine Leuchterscheinung verursachen, und es kann sein, dass wenn das Objekt groß genug ist, dass ein bisschen etwas übrig bleibt, und das fällt dann auf die Erde, dann nennt man es einen Meteoriten, das ist übrigens das gleiche Objekt, außerhalb der Erdatmosphäre heißt es Meteoroid, in der Erdatmosphäre, in der Erdatmosphäre, die Leuchterscheinung nennt man Meteor, und bleibt etwas übrig, und fällt das auf die Erdoberfläche, dann nennt man es einen Meteoriten. Das ist einfach historisch gewachsen, das ist aber das gleiche Objekt. Und das ist aber nur dann funktioniert es, wenn das Objekt nicht zu groß ist, weil nur dann wird es in der Erdatmosphäre entsprechend abgebremst, sodass es nur mit freier Fallgeschwindigkeit herunterfällt auf die Erde. Ist das Objekt größer, einige 10 Meter, 20, 40, 50 Meter im Durchmesser, dann wird es in der Erdatmosphäre nicht mehr viel abgebremst, oder fast gar nicht, und dann schlägt es fast ungebremst auf den Boden der Erde auf und macht dann einen sogenannten Meteoritenkrater oder Einschlagskrater oder Impactkrater, ist alles das gleiche. Und die Geschwindigkeiten, von denen wir hier sprechen, die sind durchaus sehr hoch, viele, viele Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wir haben hier ein Art Spektrum von kleinen Objekten, die nur Leuchterscheinungen, wie Sternschnuppen oder Feuerbälle, in der Atmosphäre verursachen, ein bisschen größere Objekte, da bleibt dann ein Meteorit übrig, den man untersuchen kann, der uns Aufschluss gibt über auch die Frühgeschichte des Sonnensystems, oder ein besonders großes, ein größeres Objekt, das größer als 30, 50 Meter im Durchmesser ist, das schlägt dann einen Meteoritenkrater. Aber auch diese Erkenntnis, das hat eine Weile gebraucht, bis man das verstanden hat. Hier ist ein Bild eines der bekanntesten Meteoritenkrater, Einschlagskraters auf der Erde. Das ist der sogenannte Meteor Crater in Arizona. Nach seinem frühen Erforscher wird er auch Beringer Krater genannt. Die Geschichte ist hier ganz interessant, ich möchte es nicht zu lang machen, aber ganz kurz, weil es sehr instruktiv auch ist. Man hat Ende des 19. Jahrhunderts in der Gegend um diesen Krater Eisenmeteoritenbruchstücke gefunden. Der hat damals natürlich nicht Meteor Crater geheißen, weil das wusste man ja noch nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, sondern der hat Kuhn Butte geheißen, der Waschbärenhügel, weil es sehr viele Waschbären in der Gegend offensichtlich gegeben hat, die sich dort auf dem Kraterrand gern gesonnt haben. Die Meteorite, interessanterweise, hat man nach diesem Canyon da hinten benannt, weil es in der Nähe war, als Canyon Diablo. Wenn also irgendwo in einem Museum oder sonst irgendwo jemanden Canyon Diablo-Eisenmeteorite unterkommen, die kommen von dort, von diesem Rund um den Krater in Arizona. Und jetzt hat das das Aufsehen von Forschern angeregt und die haben gedacht, ja, ist das vielleicht, es gab ja die Vermutung, dass Mondkrater durch Impact entstanden sind, das war ja nicht damals die verbreitete Meinung. Und daher hat man auch diesen Krater angesehen und ein Assistent des Chefgeologen der US Geological Survey hat sich diesen Krater angesehen, kam aber zu dem Schluss, weil es in der Gegend auch vulkanische Krater gibt, dass der vermutlich durch eine Gasexplosion, eine Untergrund-Gasexplosion entstanden ist. Das hat aber dann auch das Interesse eben eines jungen Mineningenieurs namens Daniel Moreau-Berringer hervorgerufen. Der hat gedacht, das muss sein, die Meteorite, das sind die Überbleibsel eines großen Meteoriten, der diesen Krater geschlagen hat und unter dem Kraterboden befindet sich noch der Überrest des großen Eisenmeteoriten, der den eigentlichen Krater geschlagen hat. Und alle anderen Meteorite, das sind nur so Abspaltungsprodukte. Und er hat die Landrechte gekauft um diesen Krater rundherum und hat dann dort zu bohren begonnen, weil er den eigentlichen Meteoriten finden wollte. Und seine Idee war, weil das ein so großes Stück Eisen ist und diese Eisenmeteorite auch sehr viel seltene Metalle wie zum Beispiel Kobalt, aber auch Platinmetalle enthalten, dann wird er die abbauen und da wird er reich davon. Und er hat auch eine Firma gegründet mit Investoren und so weiter. Also ja, er hat gebohrt und gebohrt und die Überreste der Bohrung, das war ab 1905 ungefähr, da unten am Kraterboden findet man immer noch die Überreste von den Bohrungen und auch da hinten am südlichen Kraterrand, denn er hat gebohrt und nichts gefunden, nur ein paar Stück verrostetes Eisen unter dem Kraterboden und dann ist der Boden fester nach einiger Zeit geworden. Das war natürlich nicht das, was er erwartet hatte. Und dann hat er gedacht, vielleicht ist der schräg gekommen und der liegt jetzt unter dem Kraterrand und hat dort vom Kraterrand auch runtergebohrt. Ja, das dauert natürlich viele Jahre, diese Bohrungen. Und der Grund, warum das alles so ein bisschen konfus gelaufen ist, muss ich sagen, Beringer hat einerseits recht gehabt, ja, dieser Krater ist durch einen Meteoriteneinschlag entstanden, aber nein, es gibt leider keinen großen Meteoriten, der unter dem Kraterboden liegt. Und das hat man sich damals halt einfach so vorgestellt. Man bedenkt, das ist jetzt nur knapp mehr als 100 Jahre her, also nicht so wahnsinnig lang her. Und der Grund, warum Beringer einerseits recht und andererseits doch nicht recht hatte, war, man hatte damals noch keine Vorstellung über die Energieverhältnisse von solchen Einschlägen. Ich zeige dazu etwas später dann noch die eine oder andere Grafik. Aber es war erst 1916, ist die erste Arbeit veröffentlicht worden von Ernst Öppig in Estland, wo die Energieverhältnisse berechnet wurden. Und da stellt sich halt, oder Öppig hat berechnet, dass eben kein großer Körper notwendig ist, um einen solchen Krater zu schlagen, sondern der Krater hat übrigens fast eineinhalb Kilometer Durchmesser. Und Beringer hat gedacht, der Meteorit, der da drunter liegt, hat vielleicht 500, 600 Meter Durchmesser. Das ist so, wie man halt ein Stück in den Schlamm wirft. aber, was Öppig eben ausgerechnet hat, ist, ein viel, viel kleineres Objekt reicht aus, weil es nämlich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufprallt und dabei also sehr viel kinetische Energie, Bewegungsenergie, frei wird, nach der berühmten Formel, kinetische Energie ist ein halbmal der Masse, mal der Geschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn die Geschwindigkeit sehr hoch ist, ist das Quadrat der Geschwindigkeit noch viel höher und daher wird sehr, sehr viel Energie frei. Das Dumme war, Öppig war damals gerade ein, der hat gerade erst seine Dissertation fertig gehabt und war jung und unbekannt und hat diese Arbeit auf Russisch mit einem französischen Zusammenfassung in einem russischen Amateurjournal publiziert. Das hat es praktisch fast niemand gelesen. Dann war knapp danach, 1919, ein gewisser Herbert Ives, der hat so etwas Ähnliches abgeleitet, der hat das im Astrophysical Journal publiziert, seine Beobachtungen von Granateneinschlägen am Strand in den Wirren des Ersten Weltkrieges. Er war damals, hat dort gedient und er hat noch weiter geschlossen und gestattet und diese Krater, die schauen so aus wie die Mondkrater und das erklärt die Krater auf dem Mond, weil auch diese Frage war ja damals noch offen und da kam natürlich sofort ein Aufschrei von manchen etablierten Forschern, die gesagt haben, das ist alles Unfug, weil man weiß ja bekanntlich, die Krater auf dem Mond sind alle Vulkane. Da war zum Beispiel auch der Direktor des Harvard College Observatories, ein gewisser Herr Bickering, hat hier eine Entgegnung publiziert. Der hat übrigens ein Buch publiziert, wo er mit dem Kontrast der Schwarz-Weiß-Fotografie in der Mondoberfläche so raufgegangen ist, dass es fast nur weiß-schwarz war und dann hat er gesagt, da gibt es Schnee auf der Oberfläche des Mondes. Also naja gut. Jedenfalls, der war auch gegen die Impact-Hypothese. Also Eifs hat dann nicht weiter darauf bestanden, er war auch ein junger Forscher, später ist er dann einer der Miterfinder des Farbfernseins geworden, hat dann ganz andere Dinge getan. Das Rad wurde dann zum dritten Mal wieder erfunden von einem gewissen Algenon Gifford in Neuseeland. Das war jetzt ein bekannter Forscher, der das in Observatoriumsjournalen veröffentlicht hat und das wurde zum ersten Mal wirklich ernst genommen, aber das war fast zehn Jahre, nachdem Öpig es zum ersten Mal publiziert hat und der Assistent von Beringer oder ein wissenschaftlicher Berater von Beringer hat ihn dann über diese Publikationen informiert, den Daniel Beringer und sagt, ja, also möglicherweise gibt es den ganzen großen Meteoriten gar nicht unter dem Kraterboden, weil eben die Energieverhältnisse so und so sind. Das wollte Beringer natürlich, nachdem er zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre Zeit und Geld investiert hatte, nicht hören. Aber er hat eben nichts gefunden und das war leider tragisch auch, weil knapp danach ist dann Beringer relativ jung an einem Herzinfarkt verstorben. Er war aber trotzdem der Begründer eigentlich der Theorie, dass dieser Krater durch Impact entstanden ist und man kann wirklich sagen, die Impact-Hypothese, die Impact-Theorie für Krater hat dort am Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Ausgang gefunden, hat aber eigentlich zwei Drittel des 20. Jahrhunderts gebraucht, bis es allgemein bekannt war, dass Krater durch Impact auch auf der Erde entstehen können. Also ein bisschen eine längere Geschichte zu diesem einen Krater hier, aber es ist glaube ich ganz interessant, dass man die Geschichte auch hinter bestimmten Entdeckungen und Interpretationen versteht. Nun, jetzt zeige ich ein paar Bilder von verschiedenen Einschlagskratern, wie wir sie heute kennen, auf der Erdoberfläche, um ein bisschen zu zeigen, welche Vielfalt es hier auch gibt und wie schwierig es ist manchmal, die überhaupt als Krater noch zu erkennen. Der Grund ist, dass es auf der Erdoberfläche natürlich sehr viel Erosion gibt und auch Änderungen, geologische Prozesse, die die Erdoberfläche permanent umgestalten. Es gibt Plattentektonik, es gibt Vulkanismus, es gibt das Abtragen von Gesteinen durch Wasser und Gletscher, also durch Erosion, die werden zugedeckt durch jüngere Sedimente und so weiter und so fort. Zum Beispiel dieser Krater hier, der Zwangkrater in Südafrika ist praktisch genau gleich groß wie der Meteor Crater, der Meteor Crater auch 1,2 Kilometer im Durchmesser, 250 Meter tief, ein sehr schöner, scharfer Kraterrand, weil dieser Krater ist relativ jung. Wir wissen heute, dass er nur ungefähr 50.000 Jahre alt ist, also vor 50.000 Jahren entstanden ist. Während dieser Krater, da tut man sich schon schwer einen Kraterrand zu erkennen, der ist ein bisschen schon durch die Erosion abgetragen, der Krater selber ist schon verfüllt, gibt es ungefähr 100 Meter Sedimentgestein und Seesedimente oben über den Impactgesteinen, deswegen hat es auch lang gebraucht, bis man diesen Krater überhaupt als Impactkrater erkannt hat und der ist 250.000 Jahre alt, das ist geologisch auch nichts, aber diese Kurzzeit reicht schon, um zu einer sehr starken Bedeckung von so einem Krater zu führen, dass man ihn kaum noch erkennen kann. Der ist ungefähr vier Millionen Jahre alt, der rote Kammkrater da oben, da sieht man nur ein bisschen Gestein unter der Wüste heraus schauen, alles andere ist schon zugedeckt und auch der in Australien schon durch die Erosion ein bisschen zerstört. Hier noch ein Vergleich auf der Kraterrandebene, der Meteor Crater und der ungefähr zehnmal so alte Tenomere Krater in Mauretanien, gleich groß, man sieht also, der Kraterrand ist viel weniger hoch, weniger scharf und im Inneren ist der Krater schon sehr stark verfüllt, das heißt, sehr rasch verschwinden in die Oberflächenmerkmale. Dieser Krater ist ungefähr knapp zwei Kilometer im Durchmesser, ist in basaltischen Gestein, was etwas seltenes ist, der Tekkan-Basalter in Indien, der Lona-Krater, hier ist die Stadt Lona zu sehen, hier ist der Krater, ist auch mit Seesedimenten schon gut gefüllt und der Kraterrand ist schon lang nicht mehr sehr hoch, der ist ungefähr eine halbe Million Jahre alt, dieser Krater. Hier ein Krater, der ist ungefähr eine Million Jahre alt, das ist der Posumtvi-Krater in Ghana, meistens sehr viele Wolken, also ein Space Shuttle-Bild schaut so aus, ein Bild mit Lensert und Falschfarben, wenn man lang wartet, dann sieht man manchmal keine Wolken, da ist also der Kraterrand und da ist der See, es gibt ein bisschen Gestein rund um den Krater, die man als Impact-Gesteine dann interpretieren kann, aber auch sonst gar nicht so leicht, gar nicht so leicht. Hier ein Krater im Tchukotka, in Russland, im nordöstlichsten Teil, schon beim arktischen Meer oben, über den Polarkreis El-Gigitkin, da gibt es einen schönen See, der ist fast rund, aber wo der Kraterrand ist, ist schon schwierig zu sehen, hier sieht man ein bisschen aus von dem Kraterrand noch, aber lang nicht mehr so schön scharf, der hat 18 Kilometer Durchmesser, wie bei den Jungen Kratern, und da geht es noch ein bisschen weiter, aber da sieht man, da fehlt schon ein bisschen was, da fließt auch ein Fluss heraus, also es ist schon viel, viel schwieriger, so etwas als Einschlagskrater zu erkennen, dieser Krater übrigens wird in einer späteren Folge dieser Vorlesung noch speziell vorgestellt werden, weil der nämlich viele interessante Besonderheiten auch hat und dort hatten wir mal ein Bohrprojekt auch. Ein anderer netter Krater, der in den 1950er Jahren zum ersten Mal von einem Flugzeug aus gesehen wurde, der sogenannte New Quebec Krater, manchmal auch als Pingaluit Krater benannt, im Sommer und im Winter teilweise zugefroren, der Kraterrand ist schon ganz abgerundet, nicht mehr sehr gut erkennbar, ein anderer, relativ großer Krater in Kanada, der sogenannte Maniquagan Krater, da sieht man so einen kreisförmigen See, da könnte man glauben, das ist der Krater vielleicht, nein, ist er nicht ganz, denn der Krater, der ist schon etwas älter, 200 Millionen Jahre, ungefähr alt, der Krater war einmal hier, man sieht gerade noch ein bisschen Verfärbung im Untergrund und diese runde Struktur sieht man eigentlich nur deswegen, weil die Energiegesellschaft Hydro-Quebec in Kanada hier einen Staudamm gebaut hat, der das Ganze aufgestaut hat und deswegen sieht man diesen, diese kreisförmigen See, das ist nämlich der Überrest eines sehr stark durch Erosion schon abgetragenen Zentralberges eines solchen Einschlagskraters und sowas ähnliches, auch beim ungefähr 140 Millionen Jahre alten großes Bluffkrater in Australien, der 22 Kilometer Durchmesser hat oder hatte und auf den ersten Blick würde man vielleicht meinen, aus der Luft, hier aus dem Weltraum, das ist der Krater, nein, nein, der Krater war einmal hier, man sieht nur mehr eine Verfärbung eben des Untergrundes und das ist der ebenfalls durch Erosion schon zerstörte Überrest des Zentralberges des Kraters. Also es wird schon sehr schwierig, weil viel Gestein verschwunden ist von der Oberfläche. Ein ähnliches Phänomen sieht man bei diesem Krater, kann man es schon fast nicht mehr nennen, diese teilweise Ringstruktur, das ist nämlich Fredefort in Südafrika und üblicherweise liest man in den Listen 300 Kilometer Durchmesser. Diese Struktur hat aber nur ungefähr 70 Kilometer Durchmesser, denn der ursprüngliche Krater ist schon lang durch Erosion verschwunden. Das, was wir hier sehen, ist eigentlich der tiefe Untergrund. Wir haben 10 Kilometer Gestein von der Oberfläche durch Erosion verloren, denn der Krater ist 2 Milliarden Jahre alt und was wir hier sehen, ist wiederum nur der Überrest des Zentralberges. Das heißt, je älter diese Krater werden, desto weniger kann man eigentlich mehr von einem Krater sprechen, auf der Erdoberfläche, auf dem Mond sehr wohl, weil auf dem Mond gibt es ja in diesem Sinne fast keine Erosion, ganz geringe Art von Weltraumerosion, aber nicht so wie auf der Erde. Es gibt auch auf der Erde eben Plattentektonik und ganze Bergketten sind ja die Alpen gibt es erst seit 50, 80 Millionen Jahren und Himalaya auch seit 60 Millionen Jahren beginnt sich da aufzufalten. Das heißt, alle diese geologischen Prozesse auf der Erde führen dazu, dass Krater abgetragen werden, zugefüllt werden, zugedeckt werden und dann nur mehr als leicht irgendwie erahnbare kreisähnliche Strukturen zu erkennen sind. Und deswegen ist es ja auch so schwierig und das wird das Thema des zweiten Teils der Einführung sein, eine separate Vorlesung, wie man eigentlich solche Krater als solche erkennen kann. Das heißt, ich habe jetzt schon mehrfach das Wort Zentralberg erwähnt, möchte das auch klar machen, was das bedeutet. Es gibt zwei unterschiedliche Kraterformen. Es gibt die sogenannten einfachen Krater, hier sehen wir so einen einfachen Krater, das ist so ähnlich wie der Meteor Krater, eine einfache Vertiefung mit einem Kraterrand. Das sind die kleinen Krater, die sehen so aus, die haben dann Auswurfmaterial rundherum und sind gefüllt von einer Mischung aus zusammen gewürfelten Gestein, das bei dem Einschlag zerbrochen, zerborst, ein bisschen aufgeschmolzen und dann wieder in den Krater hineingefallen ist und dann füllt es den Krater aus und der Untergrund der ist ein bisschen zerbrochen und das wird immer weniger nach unten. Bei einem Vulkan übrigens oder Kimberlid oder was ähnliches wird das nach unten zu nicht weniger. Daher sind Einschlagskrater eher oberflächennahe Ereignisse. Dann haben wir die sogenannten komplexen Krater, die etwas größeren. auf der Erde ist der Übergang zwischen einem einfachen und einem komplexen Krater bei ungefähr zwei bis vier Kilometer Kraterdurchmesser. Krater, die größer sind, als dieser Durchmesser. Da federt sozusagen der Untergrund dann etwas zurück und kommt nach oben und dann friert das ein und das nennt man einen Zentralberg, manchmal auch ein zentrales Ringsystem, vor allem wenn es erodiert ist, dann erodiert vielleicht der Zentralteil des Berges weg und dann bleibt nur hier drüber etwas weg. Und das was wir hier so sehen, dieser großes Bluffkrater, da muss man sich jetzt vorstellen, durch die Erosion ist viel verschwunden von der Oberfläche weg und wir sind da jetzt irgendwo so in dem Untergrund. Auch bei Fredefahrt in St. Afrika ist das so, dann bleibt dann nur mehr der Zentralberg weg und der Kraterrand ist schon weg und was wir hier eben sehen, diese Verfärbung hat mit der Bruchstruktur im Untergrund zu tun und deswegen haben wir hier eine kreisförmige Verfärbung rund um so einen älteren Krater. Also das ist der Unterschied zwischen einfachen und komplexen Krater und auch hier gibt es natürlich Verfüllungen, es gibt auch oft große Zonen von geschmolzenem Gestein, das ist natürlich praktisch immer irdisches Gestein, was hier geschmolzen ist, was hier zusammen zerbrochen, zerborsten ist und es bildet dann sogenannte Brexien, eine Brexie, ist ein Gestein, das aus verschiedenen Gesteinsorten besteht, die wieder zusammengepacken sind und das ist aber fast nur irdisches Gestein, weil im Vergleich zu dem, was an irdischen Gestein hier involviert ist, ist die Masse des außerirdischen Materials, des einschlagenden Körpers relativ klein, wir sehen das dann etwas später noch einmal. Ja und alle diese Forschungen der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass man mittlerweile eine größere Anzahl, nämlich über 200 solche Impact Krater auf der Erde kennt. Würde man eine Liste heranziehen, die vielleicht aus dem Jahr 1960 stammt, dann hätte diese Liste vielleicht nicht mehr als 10 Strukturen. Heute sind es eben 200 und jedes Jahr kommen 1, 2, 3 vielleicht dazu auf diese Liste. Da fällt einem übrigens auf, wenn man so ein Bild anschaut, dass die Einschlagskrater auf der Erde nicht gleich verteilt sind, sondern da gibt es relativ viele da in Kanada, also Nordamerika, nördlichen Europa, südlichen Afrika, Australien, ja und sonst Sahara vielleicht und ansonsten einige wenige und ihr Meeresboden ist eigentlich fast gar nichts bekannt, ja da gibt es einen da oben und da gibt es einen und das war es dann auch schon. Warum ist das so? Ja, weil natürlich nicht alle Kontinenten, alle Gebiete gleich erforscht sind, weil man nicht überall gleich gut den Untergrund sieht, hier ist Dschungel, hier ist Wüste, da sieht man es besser und vor allem auch, weil bestimmte Gebiete der Erde viel älter sind, bestimmte Krustengebiete viel älter sind als andere, der Meeresboden ist relativ jung verglichen mit den Kontinenten, aber zum Beispiel Australien ist ganz, das Gestein ist sehr alt, während zum Beispiel hier in Zentralasien ist es sehr jung, auch Südamerika teilweise ist nicht so alt, also es hat was mit dem Alter der Gesteine, mit der Intensität des Suchens und mit dem Erhalten auch zu tun. Ich habe schon erwähnt, der Fredeford Krater in Südafrika, der ist relativ alt, 2 Milliarden Jahre alt, aber wir wissen ja, die Erde ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt und die ältesten Gesteine, die wir auf der Erde haben, sind ungefähr 3,8 Milliarden Jahre alt, was viel älter ist, ist aufgrund eben aller dieser geologischen Umwälzungen nicht erhalten. Das heißt aber, dass praktisch für ungefähr die Hälfte der Erdgeschichte vor 2 Milliarden Jahren wir nicht einmal Impact gerade auf der Erde erhalten haben, oder wir kennen zumindest keinen. Ja, einen gibt es, der ist ein bisschen älter, als 2 Milliarden Jahre alt, aber auch nicht sehr groß und der ist vor kurzer Zeit als solcher erkannt worden. Und was man aber gefunden hat, das ist das Interessante, in Gesteinen in hauptsächlich Südafrika und Australien so Lagen von kleinen Kügelchen und die Gegend, wo man das gefunden hat, ist unter anderem Barberton in Südafrika, eine nette Hügellandschaft und dort hat man, das ist jetzt hier ein makroskopisches Foto, das sind so 2 cm, vielleicht 5, 6 cm und da sieht man so viele, viele kleine Kügelchen da drinnen und wenn man das mit dem Mikroskop ansieht, dann sieht man etwas größere Kügelchen da drinnen und hier sieht man, wo man die findet, hier in Südafrika beziehungsweise auch hier teilweise in Westaustralien gibt es solche Kügelchen und die sind viel älter, die sind zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Milliarden Jahre alt, diese Kugellagen und die hat man interpretiert als Auswurfmaterial von alten, großen Impakten. Die Krater selbst sind schon längst weg, durch Erosion zerstört, aber an bestimmten Stellen finden sich noch kleine Ablagerungen von solchen Auswurfmaterial und das macht das Ganze natürlich auch spannend, da haben wir also noch Material von früher übrig, das hilft uns zu verstehen, auch die Frühgeschichte der Einschläge auf der Erde. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zurück, wo kommen denn eigentlich die Körper her, die auf der Erde einschlagen und woher wissen wir überhaupt, was bei so einem Impact abläuft, es war ja noch glücklicherweise keiner dabei. Na erstens einmal, wo kommen die Objekte her, Erdbahn, kreuzende Kleinplaneten und andere ähnliche Objekte, Hauptsägel aus dem Asteroidengürtel, einige wenige Kometenkerne können auch dabei sein. Dieses Bild zeigt die Bekannten Asteroiden, die größer sind als ein Kilometer im Durchmesser, die der Erdbahn entweder nahe kommen, das sind die roten Bahnen oder sie kreuzen, das sind die gelben Bahnen. Also man sieht die Erdbahn hier, wir sind da so in der Mitte einer kosmischen Schießgalerie könnte man sagen. Natürlich ist das meiste wieder ein leerer Raum, aber natürlich heißt das, das zeigen ja auch die Krater, dass viele solcher Körper mit der Erde, dem Mond und den anderen Planeten kollidieren können. Woher wissen wir, was bei einem solchen Einschlag eigentlich abläuft? Das ist ja ein sehr kurzfristiges geologisches Ereignis. So ein Einschlag dauert ja nur der Einschlag selber, Bruchteile von Sekunden, die Kraterbildung, Sekunden bis Minuten, das geht ja sehr schnell. Naja, wir müssen noch einmal zurückgehen auf das, was ja schon Öpig und Eif und Giffel und so weiter Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden haben. Das ist ein sehr hochenergetischer Prozess, der ist äquivalent im Wesentlichen einer Art Explosion. Aber weil das Objekt von außen mit so hoher Geschwindigkeit kommt, ist da so viel Bewegungsenergie drin, die frei wird, schlagartig frei wird, dass man es nicht mit einer normalen chemischen Explosion vergleichen kann, weil die Energiedichte nicht hoch genug ist, sondern ich muss das vergleichen mit im Wesentlichen einer nuklearen Explosion, eine Atombombe kann man sagen. Und hier gab es natürlich zum Beispiel in der Wüste von Nevada in den 50er und 60er Jahren einige solcher Bombenexplosionen Tests und da kann man sehr viel daraus lernen, obwohl natürlich Atombomben jetzt nicht das Feinste vom Feinsten sind, aber für unser Verständnis von Impact-Prozessen hat es uns sehr viel Wissen gebracht. Hier haben wir zum Beispiel die Sedanexplosion 1962, hier ein zeitgenössisches Bild und das ist der resultierende Krater. Diese Charge war 104 Kilotonnen TNT äquivalent, also doch eine ganze Menge, mehr als die dreifache der Hiroshima Atombombe. Das hat einen schönen 600 Meter großen Krater gemacht und da kann man natürlich die Gesteine untersuchen und festen zu welchen Arten von Deformationen ist es denn eigentlich damals gekommen. Man kann auch Laborexperimente machen, wenn man genau hinschaut, das ist eine jüngere Version meiner selbst hier, in einem NASA Labor vor ungefähr über 20 Jahren ist das schon her, das ist die sogenannte Ames Vertical Gun Facility, das ist ein großer Tank, den man auch mit oder ohne Atmosphäre betreiben kann und hier ist eine Kanone drauf, wo man kleine Objekte beschleunigen kann mit hoher Geschwindigkeit, die dann ein bestimmtes Target da drinnen treffen und das Interessante dabei ist, da gibt es Kameras, die da zuschauen, die mit sehr hohen Geschwindigkeiten arbeiten, wo ich bis zu mehrere hunderttausend Bilder pro Sekunde machen kann und das schaut dann so aus, da schießt man also, das ist das Target, da schießt man da drauf und da sieht man interessanterweise auch wenn das aus einem Winkel von das sind glaube ich 30 Grad zur Oberfläche kommt, nach nicht einmal ein paar Millisekunden hat sich das Auswurfmaterial halbwegs kreisförmig um den entstandenen kleinen Krater hier abgelagert und man merkt gar nichts mehr davon, dass das nicht senkrecht sondern aus einem Winkel gekommen ist. Das war nämlich eine andere Frage, die schon von Anfang an die Leute bewegt hat und das war eines der Argumente, ja warum die Mondkrater, die sind alle kreisförmig und daher können sie doch nicht durch einen Einschlag entstanden sein, weil die Meteorite ja aus allen Richtungen kommen. Stimmt schon, dass sie aus allen Richtungen kommen, aber was man eben nicht bedacht hat ist, dass es nicht die Einschlags Richtung ist, sondern die Explosion eigentlich dieses Objektes, wenn es einmal die Oberfläche getroffen hat, dass das dann praktisch in alle Richtungen gleichzeitig geht, so wie man das dann auch durch die Experimente nachvollziehen konnte, und Berechnungen natürlich auch, erst unter einem Winkel von ungefähr 10 Grad zur Oberfläche, dann werden die Krater nicht mehr ganz kreisförmig, aber darüber hinaus, also fast alle Einschläge resultieren in kreisförmigen Kratern. Man kann in so einem Laborexperiment auch nachvollziehen, was passiert ohne Atmosphäre, was passiert mit Atmosphäre, ohne Atmosphäre, wird das Auspuffmaterial wie in einem ballistischen Flug ausgeworfen, weil es ja nichts, keinen Widerstand hat, wenn es einen Widerstand hat, dann sieht das aus, also das ist jetzt müsste man symmetrisch natürlich anschauen, fast wie auch wieder die berühmten Bombenexplosionen, die man hier nachvollziehen kann, aber der interessante Punkt ist, hier wird das Auswurfmaterial dann nicht so weit weg abgelagert vom Einschlagkrater, es hängt aber von der Größe des Einschlages ab, wie groß auch diese Explosionswolke oder Feuerballwolke eigentlich wird. Und noch interessante Dinge hat man gelernt durch diese Experimente bei der NASA, da kann man zum Beispiel auch Material, ein bisschen helleres Material, unter die Oberfläche geben und oben auf der Oberfläche drauf ist etwas Dunkels, man sieht es hier, dunkel rundherum, und dort wo es einschlägt, wird das hellere Material so strahlenförmig ausgeworfen, es kennen sicher viele, die Krater auf dem Mond, die so Strahlen haben, wie zum Beispiel der Tycho Krater, das sind die jüngeren Krater, wo durch die doch am Mond zwar fast nicht, aber doch leicht vorhandene Erosion, es zumindest zu einer dünkeleren Färbung durch die kosmische Bestrahlung kommt. Was man auch sieht ist, hier haben wir den Einschlag, aber der Lichtblitz und das Auswurfmaterial kann auch woanders hingehen, in eine andere Richtung. Oder hier sieht man, hier hat man einen Einschlag gemacht in so ein Tortenmodell mit einzelnen Lagen, da sieht man, dass am Kraterrand es zu einem Umkehren da klappt sozusagen das Material von weiter unten um und es liegt älteres Material über jüngerem Material. Das ist auch etwas, was man sonst natürlich nicht in diesem Sinne kennt. Also diese Experimente haben uns sehr viel geholfen. Also einerseits große Experimente wie Bombenexplosionen, kleine Laborexperimente und Computermodelle haben uns sehr viel geholfen, solche Krater zu verstehen. Im Gelände, wenn man einen Krater anschaut, das ist jetzt die Hälfte, symmetrisch muss man sich den anderen Teil vorstellen, eines einfachen Einschlagskraters, da sieht man jetzt verschiedene Arten von Gesteinen, über die werden wir dann extra noch sprechen, Impact Brexien, Schmelz Brexien, Brexien, die zurückgefallen sind, die auch ein bisschen Schmelze enthalten, oder einfach nur Brexien, die keine Schmelze enthalten, nur zerrüttetes Gestein Gestein sind. Und das hat natürlich auch etwas mit dem Druck zu tun, unter der Oberfläche, dazu aber auch später noch etwas mehr. Ja, und Krater, hier zum Beispiel einer in Sibirien mit 80 Kilometer Durchmesser, das ist ein Radarbild, also ist ja kaum als solcher zu erkennen, aber wenn ich dort stehe, habe ich Schmelz Gestein, das sind normale Nadelbäume, also das ist durchaus lockerer mal 50, 100 Meter hoch, dieses Cliff hier, das ist Impact Schmelze, oder Brexie, vermischte Gesteinsarten, das ist ungefähr 20 Meter hoch, dieses Cliff hier, also man sieht schon eine ganze Menge, oder gerade in Süddeutschland sehr bekannt, das Nördlinger Ries, oder der Ries Krater, auch dort kann jeder, der dort gerne hinfährt, das ist alles wunderschön exponiert, es gibt ein Museum, es gibt einen Geopark, es gibt sehr viele Aufschlüsse, die beschildert sind, die kann man sich anschauen, da gibt es auch sehr interessante Dinge, dass bestimmte Brexien, das ist zum Beispiel eine Brexie, die Oberflächen nah war, die überlagert ist, von Auswurfmaterial, das von weiter unten kommt, aber dann über dem Oberflächen näheren Gestein abgelagert wurde, dieser Krater ist ungefähr 15 Millionen Jahre alt, also sehr spannend, das auch anzusehen, wirklich vor Ort kann ich sehr empfehlen. Ja, und sozusagen die Zusammenfassung eines Impact Prozesses ist in diesem Bild zu sehen, da haben wir also jetzt einen kleinen Körper, der mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Erdoberfläche oder Mondoberfläche aufprallt, aufgrund der Bewegung dringt er auch ein bisschen in den Boden, im Untergrund ein, wird aber dort relativ schnell abgestoppt und dann wird die ganze Energie frei und dann kommt es jetzt zu einer Explosion und bei dem Eindringen werden einmal Schockwellen in den Boden, in das Gestein hinein ausgesandt und diese Schockwellen, die werden dann in unserer nächsten Vorlesung wichtig werden, denn die helfen uns nämlich zu erkennen, dass es sich hier um einen Einstagsgrater handelt, weil diese Schockwellen zu ganz charakteristischen und unumkehrbaren Änderungen in der Mineral- und Kristallstruktur von Mineralen in Gesteinen führen. Der Meteorit selbst, der wird so heiß, dass er im Wesentlichen verdampft, bei kleineren Meteoriten bleiben vielleicht noch ein paar Bruststücke übrig, aber das hauptsächliche Material verdampft oder schmilzt und vermischt sich mit einer viel größeren Menge irdischen Gesteins, dem Target-Gestein oder dem getroffenen Gestein und jetzt läuft diese Schockwelle zurück zur Oberfläche, wird eine Unterdruckwelle und das räumt sozusagen in dieser Explosion den Krater aus, macht jetzt einen großen Krater, man nennt das einen Transienten Krater, einen Übergangskrater, weil das natürlich jetzt dieses tiefe Loch, das da gebildet wurde, nicht langzeitstabil ist, jetzt rutscht von den Wänden Material ins Zentrum hinein, der Zentralberg kann sich hochheben, Material fällt zurück in den Krater hinein und zum Schluss haben wir eben so einen Krater mit einem erhobenen Kraterrand, einem kleinen Zentralberg in dem Fall, hier ist Breckzien Gestein, Schmelz Gestein und hier sieht man noch ein bisschen diese Pfeilrichtung zeigt an Material, was hineinrutscht. Also ein kleiner Körper macht einen viel, viel größeren Krater, ungefähr 15 bis 20 Mal größer im Durchmesser als der einschlagende Körper und daher von der Masse natürlich noch viel unterschiedlicher und das Ganze geht in geologisch wahnsinnig kurzen Zeiträumen, also Sekunden bis Minuten, dann ist das sozusagen fertig. Also so stellt man sich heute die Bildung eines Kraters vor, aus Berechnungen und Experimenten und Beobachtungen nachvollzogen. Ja, das war der erste Teil unserer Einführung über Impact Krater und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.